ja hallo willkommen zum neuen video ich habe mir vor anderthalb monaten habe ich mir wieder meine kurbeltaschenlampe geholt weil die die ich hier oben an der hütte einsetzen wollte die ist mir während dem transport kaputt gegangen und da habe ich mir noch mal eine neue geholt da ist eine ich habe mir gleich zwei geholt und zwar ist das hier die i gadgets die hat zu diesem zeitpunkt als ich die geholt hatte 13 euro irgendwas gekostet und ich dachte komm so zwei eine für an der hütte eine für zu hause jetzt muss ich mir noch mal eine neue bestellen aber jetzt habe ich eine zu jetzt habe ich eine hier im haus weil frau bremen die total auf diese lampe und und eine habe ich oben an der hütte ich habe damit auch ein overnighter gemacht ist also eine kurbe lampe klar eine minute kurbeln soll 15 minuten licht bescheren kann ich so in etwa auch bestätigen hat drei modi einmal taschenlampe dann so eine art laterne und jetzt hier bei hellem licht ist ein bisschen schwer zu erkennen so ein emergency mode laut hersteller hat die taschenlampen funktion 18 lumen die laterne 30 hier bei dem emergency wird nicht viel darüber gesprochen oder gar nichts gesagt ist auch nicht weiter wichtig also im dunkeln sieht man das und man sieht es weit ich spiele euch jetzt mal ganz kurz vom gestrigen spazierengehen mit mit dem junior und dem hund pass ein leider muss ich dazu sagen das ist aufgrund dem ja der beschränken ja nacht film qualität meines telefons ich drehe alles vom galaxy note 4 nicht möglich das wirklich so zu zeigen aber ich habe die strecke abgemessen und so weit wie ich gestrahlt habe das waren 75 meter und das sehr gut auf den punkt und das liegt aber auch daran dass hier die drei leds so reflektiert werden das licht davon mal gucken und sozusagen ich hatte an diesem einen abend hatte ich auch meine turn halt tis dabei und die soll 120 lumen haben und jetzt gegen die abgestochen jetzt sind wir ganz ehrlich die tis ist so eine kleine und dafür ist ein brummer wiegt aber nicht wirklich viel ach komm ich spiel das erstmal so das ist die taschenlampe schade dass man das nicht so zeigen kann mit dieser taschenlampe geht das leider also mit der der kamera vom handy geht das leider nur bis 20 meter etwa aber so wie ich da sehen kann sind das geschätzte 75 meter ist der lichtkegel oder der fokus von dieser lampe den hatte ich neulich schon beim denkst mit dabei beim overnighter eine hand umschalten ist halt ein bisschen umständlich ehrlich gesagt ehrlich gesagt na so jetzt ist die einigermaßen aufgeladen jetzt alarmfunktion also gutes ding war jetzt was sagst du dazu was hat der mike dazu gutes ding gutes ding okay für prepper geeignet ja okay für buschprofter geeignet ja für survivalisten geeignet ja für 6 euro gar nicht teuer ne gut kann man sich kaufen ne ja gut dann kann man jetzt spazieren gehen hehehe gut nils macht demnächst auch videos ne nils ja genau so dann ähm wie ihr wisst oder habt gehört bushcraft survival und rapper wenn das der junior sagt wird es wohl stimmen ähm kommen wir zum aufladen also aufladen geht über über kurbel ne und ähm über strom ich habe dazu das ladegerät von meinem samsung genommen ähm das hier samsung ladegerät und das hier dann hier rein ihr seht diesen stecker ich weiß ja was das ist das hat ein mini usb ich glaube ja ne mini usb und das ist dann hier das wäre ja dann micro usb also dann einfach hier rein stecken da ins ladegerät und led ähm das ist led als kontrollleuchte seht ihr dann hier ein rotes licht allerdings muss ich dazu sagen es gibt keine ladekontrollleuchte wie voll es ist also da müsst ihr euch ähm müsst ihr halt na macht es macht es ein paar stunden dran wird schon wird dann schon funktionieren so dann haben wir hier so einen griff den kann man so ändern ich bin damit so spazieren gegangen problem nimmt es dann so ne ich finde es halt bequemer das so zu nehmen weil man dann auch eher so in die richtung leuchtet wo man hingeht ähm stufe 1 verstellung stufe 2 stufe 3 und das war es drei stufen ist ok ähm dann haben wir hier wenn ihr die als laterne benutzen wollt zum aufhängen macht ihr einen karabiner dran oder paracord oder was auch immer ihr habt könnt ihr auch einfach so hinstellen ähm laut hersteller also der gibt an ist die ähm die version mit den drei leds also die taschenlampenfunktion ähm bei voll voller ähm beladung oder voller ladung bei fünfeinhalb stunden bei der funktion als laterne zweieinhalb stunden ähm wenn ihr den overnighter guckt in der hütte seht ihr das ähm da ich die ja schon einige stunden benutzt hatte die dann heller wurde ihr seht jetzt nicht aber als wenn die dann dunkler wird und ihr dreht dabei zum beispiel wenn das ähm wenn ihr die auf dem tisch stehen habt dann wurde die heller ne und beim emergency 30 stunden das heißt also wenn ihr irgendwo im notfall seid habt ein unfall oder weiß der teufel was äh 30 stunden bin mir auch sicher dass wenn die nicht mehr allzu hell leuchtet dass dieses blinklicht immer noch gut genug zu sehen ist hier haben wir dann diese hier haben wir ja unten diese 10 leds und durch so einen Kegel hat das licht auch schön reflektiert also für mich ist die für 13 euro jetzt wie gesagt im augenblick ähm in der weihnachtszeit natürlich ein paar euro mehr klar müsste halt nach weihnachten warten neujahr vielleicht ähm ich gebe dem dieser dieser iGadgets ähm Kurbellaterne absoluten Daumen hoch und eine Kaufempfehlung muss dazu sagen die Firma iGadgets hat von meiner Existenz keine Kenntnis und ich kriege auch da kein Geld für ähm ist also die habe ich mir gekauft und die zeige ich euch was ich wirklich gut finde so das war's ja Prepper und Survival-Tool Survival-Lampe wie auch immer ich danke euch fürs Zuschauen seid vorsichtig und immer vorbereitet Moment Moment ich bin ja gekloppt ich habe ja was vergessen ganz richtig beim Oberneuter war es mir passiert dass ich mein Telefon zwischendurch mal aufladen musste jetzt jetzt kommt es mit Prima Mann ich stecke jetzt einfach mal das Ladegerät von meinem Tablet das usb auf micro usb natürlich die Ladekabel sind nicht mit integriert die müsste also dann schon wie ihr seht da ist jetzt erstmal nichts so stecke ich den hier in diesen usb also hier der der mini usb ist zum beladen der Taschenlampe und dieser usb ist zum Laden von Elektrogeräten und das hat funktioniert ich habe es probiert pass auf wenn es gleich macht müsst ihr eigentlich auch sehen dass die Batterie anzeigt dass sie geladen wird so mal gucken Batterie zeig mal hier oben glaube ich hier oben ist das in der Ecke ja könnt ihr sehen ich hol es mal noch etwas näher Seht ihr? Finde ich ziemlich cool ähm also für Notfall wenn ihr mal keinen Strom mehr habt Licht emergency Licht ich finde es gut ich bin auch froh dass ich mir welche gekauft habe jetzt habe ich halt drei ähm gut ich habe für drei Stück 39 bezahlt jetzt im Augenblick liegen sie bei 16 32 48 Euro aber wie gesagt im neuen Jahr wird es mit Sicherheit wieder günstiger werden das sind halt die Weihnachtspreise und ähm ja das war's danke euch fürs zuschauen seid vorsichtig passt gut auf seid immer vorbereitet und kommt gut durch die Weihnachtsteile tschüss macht gut schränkt der Hut und das war's das war's das war's